Zwei Familien, ein Schicksal. Es gibt ein Muster. Drei Kinder. Minus eins. Ein vermisster Junge. Wir nennen sie die verlorenen Jungs. Alle Opfer haben Abwehrverletzungen, außer Mrs. Turner. Sie verbindet ein tödliches Geheimnis. Das heißt Vergebung. Was für ein Opfer vergibt dem Mörder im Augenblick des Todes? Hannibal. Das neue Serien-Highlight. Am nächsten Donnerstag um 22.15 Uhr.